Hallo ihr Lieben, Willkommen bei HeyWiki. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, heute haben wir für euch hier ein normales Überraschungsei und zweimal die Mädchen-Edition. Dann fangen wir mit dem normalen an. Genau, dann fangen wir mit dem normalen an. Ist ja überhaupt was drin? Mal sehen. Das hört sich schon besser an. Das hört sich am besten an. Mh, lecker Schoki kommt zum Vorschein. Dann hier so. Das ist ein spannender Moment. Dann gucken wir mal, was wir haben. So ein neumodisches Gefährt hier. Das da? Ja. Hey. Hier ist es ja genau. Das kapier ich. Hier die zwei. Das ist das und das nicht. So. Ja. Kann man auch einzeln machen. Kann man so oder so machen. Ah, super. Genau. Oh. Ist das das? Ui. So. Nee. Das ist das. 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 Alles nur Schoko. Mhm. Lecker. Da hinten ist schon der Schokoberg Ein Schokoladenberg Ist immer gut So, das ist jetzt die Mädchen-Edition Genau Das Messer war da dran Ich denke mal, wir haben das Zwei lustige Bienchen Denke ich mal, ja Ich glaube, ja Hier sind Sticker Stickerlei Guck mal, die musst du bekleben Ach nein, schau mal, wir haben was ganz anderes War keine Bienchen Sondern Was haben wir denn? Gar nichts davon Das hier Guck mal, das und das Ja Aber haben wir dann doch die Bienchen Ja, weil hier Bienen drauf sind Dann müssen wir eigentlich Na komm, wir machen das mal zusammen Mal sehen, was da rauskommt Ja Guck mal hier Also So Warte mal Wir haben so einen Teil Das ist vorne gar nicht angegeben Ach so Das ist ja Was zum Durchschießen Nee, warte mal Ja, man kann es auch so machen Ja, aber das Kann man das hier durch Ja So Das mal auseinander eins machen Bitte Genau Dann stellst du es mal hin Und jetzt kannst du mit deinem Finger Ich habe eine Das ist ja auch richtig Glaube ich So Oh Gott Naja Komm, wir machen mal das auf Schuppi zu unserem Schokoberg Jetzt habe ich auch bei der Oma Ja? Ja Genau das gleiche Jetzt brauchen wir nicht Die Schieneanleitung So Wir haben auf jeden Fall das Mhm So Das ist auch schön Ja Dann gucken wir mal Wie das geht Was soll das sein? Noch auch was So zum Schnipsen Mhm Musst du die Kappen dann umwerfen Ja 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 Guck mal Schuhe So Ej So Äh Jetzt Das ist schon richtig Nee Aber das Das muss in die Mitte Zwischen das Grüne Genau Und so Das heiße ich ja Äh Sag ich Super Und nun Lass du die Kappen Warte Und was du umwerfst und erwischst So viele Punkte hast du dann Oder? Genau Zehn Fünf Zehn Wow Zehn bis fünfzehn Zwanzig Nicht ganz Äh ne Fünfundzwanzig Ja stimmt So Bis zum nächsten Mal ihr Lieben Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.